Du bist so süss, ich will wieder in die Kinder gehen. Ich habe heute ganz tolle Sachen mitgenommen, und zwar von Amorina und von Nana Nobile. Herzige Kleidchen, schöne Täschchen und ein wenig Spielzeug, die einfach Spass machen, nicht nur den Kindern. Ich will das auch wieder, ich nehme das alles mit für mich. Die sind nicht zuckersüß, die Tiermotivtaschen, und zwar von Amorina in Winterthur Designs. Dahinter stehen Bettina und Raffaele. Sie haben für die Tochter die erste Tasche, ein Rehmotiv, weil sie nichts gefunden haben. Der Name Amorina ist entstanden vom Papa, weil er seiner Töchterli Amorina sagt. Ich habe mit meinem Sohn Tesorone Topolone, also O-O für Mädchen und I-I für Mädchen. Also Amorina ganz herzlich. Ja, diese Taschen sind nicht nur sehr robust, sondern sie sind auch sehr geräumig. Es hat auch schön Platz für die 9 oder eben auch ein Kinderbüchchen oder ein Getränk, was auch ein Kind gerne mitnimmt. Und für mich oder für die Mutter hat es sicherlich Platz für das Portemonnaie und sonst, was Frauen so brauchen. Ja, die Baumwollwendel sind mega öffnet. Die geben so den richtigen Pfiff in diesen Täschchen dazu. Die kann man immer wieder schön auswechseln, passend zum Outfit oder einfach so, weil es Spass macht. Es ist ja klar, dass die Kinder nicht immer die saubersten Hände haben. Das verstehe ich ja. Deshalb kann die Tasche auch seine Flecken haben oder man schmeisst sie am Boden. Wie auch es darf ja leben. Und zum Reinigen braucht es eine feuchte Lumpen. Immer wieder etwas dran, aber sonst finde ich die Tasche schön, wenn sie Erinnerungen zeigen kann. Die Täschchen kommen in dieser schönen Baumwoll-Verpackung. Das ist eigentlich ein Rucksack, den man dann auch sonst brauchen kann. Zum Turnen, zum Sein, ganz herzlich. Amorina, bravi. Als Stylistin reicht natürlich coole Täschchen nicht. Es muss natürlich Stylingmässig auch etwas dazu passen. Auch für die Kinder. Und dazu habe ich das Geschäft Nana Nabile ausgesucht. Und zwar ist das meine Nachbarin. Solika Berg an der Forchstrasse. Und jedes Mal, wenn ich daran fahre, erstaune ich, was diese herzige Kleider hat. Also da habe ich einen Teil mitgenommen und kann euch diese ein bisschen einzeln zeigen. Also erstaunet. Never compromise on style. Auch wenn das Kind ist. Naturmutter wie Arles sind für mich ein absolut Muss. Ich liebe Baumwolle über alles. Und das ist herzig. Es ist Baumwolline. Ganz, ganz fein. Bisst überhaupt nicht. Ganz herzig. Und auch die Modelle zuckersüssen. Und ich würde sie so kombinieren. Und zwar mit diesem Täschchen. Also ich wünsche mir, ich hätte als Kind so tolle Kleider anlegen können. Aber das hätte es bei uns damals nicht gegeben. Es hat Kraft und Bissen und es ist bitter gewesen. Aber dumm. Dafür habe ich jetzt als Stylistin die Chance, die Kinder schöne anzulegen. Zum Beispiel mit so einem coolen Jumpsuit. Ich liebe dieses Material. Es ist so der Hippie-Style. Es ist eigentlich wie eine Windle. Windle fühlt man sich ja wohl drin. Also ich finde es mega cool, der Stil. Ganz, ganz herzig für das Mädchen. Oder eben für die Mutter, die gerne ein bisschen Hippie ist. Natürlich gibt es bei Nana Nobile nicht nur herzige Kleidchen, sondern auch noch viel, viel mehr Schuhe, Bücher. Einfach alles rund um das Kind. Sie ist eine ehemalige Krankenschwester. Kinderkrankenschwester. Und weiss genau die Bedürfnisse der Kinder. Und eben auch von den Müttern. Ja, das Schuhwerk ist natürlich auch ganz wichtig im Kinski. Und zwar finde ich die zuckersüssen Kinski Schuhe zum Fressen. Also ich habe früher bei meinem Sohn nur grässlich ausgesehen, wo er ein Kinski ist. Aber die, also für das würde ich gerne jetzt ein Enkel haben. Nebst Kinski Finken gibt es bei Nana Nobile auch andere Schuhe. Und zwar von Toms. Ganz herzige, so espadrillartige. Oder die coole Flip Flops. Die sind wirklich homemade gemacht. Ganz herzig verziert. Und auch die Armbänderchen finde ich mega süss. Es sind quasi quasi Mama-Kind-Armbänderchen in die passende Grösse. Danke Jael, du hast es super gemacht. Und danke auch an Morina und Nana Nobile. All diese tolle Sachen könnt ihr im Link finden im Text. Wir wünschen allen Kindern einen ganz tollen Start in Kinski. Wenn ihr den Beitrag gefallen habt, dann vielen vielen Dank für alle Likes. Gell Schätzchen? Ich sage Danke, 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 Danke. Und wenn ihr weiter schauen wollt, auf diese Seite. Und natürlich immer gerne abonnieren auf die andere. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.